In diesem Wohnhaus in einem Vorort von Stockholm hat sich offenbar über Jahrzehnte eine schlimme Familiengeschichte abgespielt. Eine Frau soll ihren Sohn hier unter erbärmlichen Umständen 28 Jahre lang eingesperrt haben. Schwedische Medien berichten, der 41-Jährige sei bei seiner Entdeckung unterernährt gewesen, er habe fast keine Zähne mehr und entzündete Wunden an den Beinen gehabt. Er habe kaum laufen und nur schlecht sprechen können. Den Berichten zufolge nahm die Mutter ihren Sohn im Alter von 12 Jahren von der Schule und sperrte ihn seitdem ein. Ob seine Gefangenschaft tatsächlich 28 Jahre gedauert haben soll, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern. Eine Verwandte soll den heute 41-Jährigen gefunden haben, nachdem seine um die 70 Jahre alte Mutter ins Krankenhaus musste. Die Verwandte berichtet laut Zeitung Expressen von Urin und Schmutz in der Wohnung, sie habe sich ihren Weg durch Berge von Müll bahnen müssen. Der 41-Jährige ist seit seiner Entdeckung in ärztlicher Obhut. Der Mutter wird unter anderem Freiheitsentzug zur Last gelegt.